Welche Philosophie ist weniger, ist mehr? Welche Philosophie ist weniger, ist mehr. Aber nur zwei Hektar sind weniger. Wir befinden uns hier. Wir haben eine Englische Sprache geschrieben. Wir haben eine gute Portugäzer in der Welt geöffnet. Es geht darum, dass wir weniger Biodiversität werden. Wir werden nicht monokulturell, sondern wir werden weniger Biodiversität, sondern wir werden weniger Biodiversität, und dann werden die Biodiversität verbunden werden. Wenn man nicht schmerzt, wenn man nur aufhört, wenn man nur aufhört, wenn man sich, wie es arbeitet, dann wird es nicht mehr, dann wird es nicht mehr. Dann weiß man, was es zu machen. Wie ist das? Der Biodiversität braucht es, die Kälte, die Farbe und die Kälte, das ist das. Das muss man sich, dass man sich, wenn man nur zwei arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten, Wir kennen wirklich alle Menschen, wir kennenlernen und wir kennenlernen und wir kennenlernen, eine Zusammenarbeit. Und wenn wir in der Zwischenzeit sehen, dass es sie ist, was sie ist, was sie ist, was sie hier ist? Wir haben wirklich versucht, dass wir mit ihnen sprechen können. Beispielsweise der Kék-Franco ist ein ganzes Wettbewerb, ein ganzes Wettbewerb. Ein ganzes Wettbewerb, ein ganzes Wettbewerb. Ja, immer. Die Porto ist immer ein bisschen weg, aber es gibt eine große Herausforderung. Es ist ein wichtiges Ziel, dass ein Portugieser, wie ein Kuchen, ein Kuchen, nicht nur ein Kuchen, ein Kuchen, ein Kuchen. Wir wollen auch ein Kuchen machen. Wir haben keine Müdrad, keine alles, was wir wollen. Wir haben noch eine Röwe, eine Sölle, eine Feldwege, eine Spontan-Archstelle, eine Breche, eine Viertelbohr, eine Almaschaffelle, eine Spontan-Archstelle, Es ist schon ein Hordes, es ist kein Däretes, es ist ein wenig zu tun. Weniger ist mehr, als gewöhnliches Töp. Untertitelung des ZDF, 2020